Ooooooooooooooooh! Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einer Folge Mein Essen Form. In diesem Video werde ich eine Nudeltorte mit etwas Ketchup und Pfeffer verfeinern und dazu saure Gurken essen. So, die Zubereitung der Nudeltorte kann ich euch leider nicht zeigen, denn die Nudeltorte habe ich schon längst fertig gemacht. So, das hier ist die Nudeltorte. Falls ihr wissen wollt, wie ihr diese Nudeltorte macht, also ich koche die einfach so wie normale Nudeln. Also einfach Wasser reinmachen, bisschen Salz, dann die Nudeln rein. Ich habe hier ein halbes Kilo Nudeln reingemacht und dann einfach gewartet, bis die irgendwann durch sind und dann habe ich die einfach mal so drei Stunden abkühlen lassen. Und die Nudeln, die sind richtig fest hier drinne. Und jetzt muss ich die Nudeltorte irgendwie aus dem Topf rauskriegen. Mal gucken, ob das so klappt. Wow, eine Nudel ist raus. Wie ihr seht, ist die Nudeltorte richtig schön fest im Topf drinne. Schaut euch nur diese Nudeltorte an. Diese Nudeltorte besteht ausschließlich aus Nudeln. Das heißt, um die Nudeltorte da aus dem Topf rauszukriegen, musste ich ein Messer verwenden. Damit gehe ich einmal schön ringsherum. So, in der Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen lockerer ist, werde ich das nochmal versuchen, auf den Teller aufzukriegen. Klappt immer noch nicht. Das heißt, ich muss da ein bisschen reindrücken. Ich hoffe, die Nudeltorte bleibt ganz. So. Yay, ich habe die Nudeltorte aus dem Topf rausgekriegt. Das hier ist die Unterseite der Nudeltorte. Seht ihr? Und nun packe ich die auf den Teller drauf. Aber erstmal diese zergrößelten Nudeltortenteile erstmal wieder in den Topf rein tun, damit ich Platz habe. Das hier ist die Nudeltorte. Schaut euch nur dieses schöne Meisterwerk an. So, die Pfanne kann ich ja mal weg tun, denn die brauche ich ja anscheinend nicht. Und nun werde ich die Nudeltorte mit etwas Ketchup verfeinern. Oh, die Ketchupflasche wird langsam leer. Ich glaube, da kommt nichts mehr raus. Und jetzt hole ich noch zwei saure Gurken raus. Eins, zwei. Na gut, eine dritte hole ich auch noch raus, denn die zweite ist echt klein. Dann packe ich mal die Gurken runter. Dann hole ich mal die Pfanne wieder hoch. Dann packe ich den Topf mal runter. Und dann schneide ich mal die Gurken. So, die fertig geschnittene Gurken, die packe ich direkt auf die Nudeltorte so drauf. Und jetzt nehme ich noch dieses kleine Gurken und schneide die auch noch. Wirieren mal runter. Und zum Schluss werde ich das auch ein bisschen mit Pfeffer würzen. Ja, ich nehme mal lieber die Seite. So. Und das hier ist die fertige Nudeltorte. Schaut euch nur diese schöne Nudeltorte an. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie erkennen. So. Und nun werde ich mir mal ein Stück davon abschneiden und das mal probieren. Ich glaube, das Stück, was ich jetzt mal hier rausschneide, das packe ich mal in die Pfanne rein. So, das hier ist ein Stück Nudeltorte. So, es wird probiert. Schmeckt sehr nudelig. Ich glaube, die Nudeln habe ich ein bisschen zu wenig gesalzen. Also, es schmeckt sehr nüchtern. So, jetzt noch die saure Gurke essen. Also, saure Gurken passen echt zu der Nudeltorte dazu. Ein kleines Stück solcher Nudeltorte macht einen schon echt satt. So, ich habe gleich fast alles aufgegessen. Zumindest von dem Stück, was ich mir auf die Pfanne drauf getan habe. Ich habe nur ein so kleines Stück hier rausgenommen und gegessen und ich bin schon echt gut satt. Also, diese Nudeltorte kann ich euch auch empfehlen nachzumachen. So, ich glaube, von der Nudeltorte werde ich ein paar Tage was haben. Das war es jetzt an dieser Stelle auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Wartet noch! Wartet noch! Wartet noch!